Hallo und herzlich willkommen zur fünften Grundschul-Folge von Sport macht Spaß. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir werden uns heute wieder gemeinsam fit machen. Ich bin Ferdi. Ich bin Emilia. Und wir machen uns heute mit Alltagskram fit. Kram aus der Küche und einer Socke. Welchen Kram brauchen wir da genau? Wir brauchen unseren Kochlöffel. Das habt ihr ja letzte Woche auch schon mitbekommen. Und außerdem brauchen wir zwei Geschirrhandtücher. Und die Geschirrhandtücher, die wir heute dabei haben, haben eine kleine Geschichte. Heute ist nämlich ein ganz besonderer Tag. Heute ist Tag der Deutschen Einheit. Das ist schon ganz schön lange her, 30 Jahre mittlerweile. Und unsere beiden Geschirrhandtücher sind mindestens genauso alt. Das eine hier kommt nämlich aus dem ehemaligen Westdeutschland und das andere aus dem ehemaligen Ostdeutschland. Wir brauchen heute beide, denn wir sind ja jetzt auch ein einheitliches Deutschland und können jetzt loslegen. Super, dann starten wir mit der Erwärmung. Für die Erwärmung und damit wir uns jetzt richtig gut auf den Fitnessteil vorbereiten können, braucht ihr alle zwei Geschirrhandtücher. Wir wollen gleich auf dem Boden ein bisschen rumrutschen. Wenn ihr Teppich zu Hause habt, zieht euch am besten rutschige Socken an, sucht euch einen Pappteller oder Mülltüten. Dann geht das mindestens genauso gut. So, alle bereit? Dann jetzt Geschirrhandtücher auf den Boden legen und draufstellen. Dann haben wir die unter beiden Füßen und rutschen erst mal wie beim Schlittschuhlaufen eine Runde kreuz und quer durch den Raum. Wenn ihr bereit seid, geht's jetzt los. Alle zusammen, auf geht's! Testet da einfach ein bisschen aus. Große Schritte. Ich fühle mich noch ein bisschen holzig. Ich muss noch mal richtig gut in die Erwärmung reinkommen. Ich war auch echt schon lange nicht mehr Schlittschuhlaufen, muss ich sagen. Aber bald ist Winter. Okay. Jetzt sind wir eine Runde vorwärts durchgerutscht. Jetzt machen wir das Ganze natürlich auch rückwärts. Es wird jetzt ein bisschen schwieriger. Guckt immer ruhig mal nach hinten, um zu sehen, dass da nichts hinter euch ist und ihr nirgendwo gegenrutscht. Los geht's! Also rückwärts durch den Raum bewegen. Oh, bei mir klappt das immer so ein bisschen ein. Oh, ich drehe nochmal. Pirouette auf dem halben Weg. Okay. Jetzt sind wir vorwärts geslidet, rückwärts geslidet. Für die nächste Übung brauchen wir nur ein Tuch. Das andere können wir kurz zur Seite legen. Und wir fahren jetzt Roller. Das heißt, ihr stellt ein Bein auf das Tuch und drückt euch mit dem anderen ab. Und fahrt wie auf einem Roller durch den Raum. Wir können natürlich auch noch die Hände mit dazunehmen. Dann muss man jetzt vorne das Bein auf dem Roller schon ganz schön anspannen, damit man nicht vorne runterfällt. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Oh, enge Kurve. Braucht man auf jeden Fall Kraft in beiden Beinen. Richtig abdrücken. Wer noch nicht gewechselt hat, wechselt jetzt das Bein. Also bei mir steht jetzt das linke vorne und das rechte schiebt. Schön, den Lenker festhalten. Könnt ihr auch mal richtig weit ausholen mit dem anschiebenden Bein. Okay, zweimal noch. Eins. Und scharfe Kugel. Zwei. Okay. Auch für die nächste Übung brauchen wir nur ein Tuch. Da müssen jetzt aber beide Füße drauf. Jetzt wird es ein bisschen knifflig. Wir wollen uns nach vorne bewegen und auch nach hinten, aber nur, indem wir unsere Hüfte drehen. Das heißt, hier schön locker bleiben, die Arme mitnehmen. Machst du die Füße zusammen oder darf ich die ein bisschen auseinanderlassen? Du darfst die auch ein bisschen auseinanderlassen. Ich habe nur mein Tuch hier so klein zusammen gemacht. Ihr merkt schon, da braucht ihr auf jeden Fall Schwung in den Arm und in der Hüfte. Okay. Vorwärts haben wir? Ja. Rückwärts? Dann jetzt rückwärts. Auf geht's. Okay. Das ist einfacher als vorwärts, oder? Ja. Okay. Bereit für die letzte Übung? Ja, auf jeden Fall. Dann brauchen wir jetzt wieder beide Handtücher. Schlitzschuhlaufen haben wir jetzt schon gemacht. Jetzt geht es weiter zum Skaten. Legt also die Geschirrhandtücher nebeneinander. Stellt beide Füße auf die Geschirrhandtücher. Und jetzt bleibt immer eins, stabil in der Mitte ein Bein. Ihr geht tief in die Hocke und das andere Bein bewegt sich nach schräg hinten. Andere Seite tief in die Hocke gehen, Popo richtig runterschieben. Puh, zurück ist ja einfach. Genau, wenn ihr merkt, euer Bein ist viel zu weit nach hinten, dann ist es wirklich schwierig, wieder ranzukommen. Tastet euch da also langsam ran. Das ist genau mein Motto, ich fange mal klein an hier. Ja, und wenn es ein bisschen langsamer funktioniert, könnt ihr probieren, schneller zu werden. So, noch fünf Stück. Dann haben wir die Erwärmung geschafft. Auf geht's. Eins, zwei, drei, vier und fünf. Okay, jetzt einmal gut durchschütteln. War ganz schön viel für die Beine. Ja. Und dann geht's weiter mit dem Koordinationssaal. Bevor es jetzt weitergeht, müssen wir nochmal richtig die Erwärmung aus unseren Beinen rausschütteln. Geht dafür ruhig ein paar Schritte in eurem Raum hin und her, sodass das alles wieder richtig locker wird. Ich mache auch schon mal direkt meine Schultern mit locker. Brauchen wir die gleich? Brauchen wir auf jeden Fall gleich. Und ist auch einfach ein bisschen angenehmer. So, und wenn es bei euch zu Hause jetzt unter den Füßen ein bisschen warm geworden ist bei den Gleitübungen, dann ist das überhaupt nicht schlimm. Das ist ganz normal. Das entsteht durch die Reibung zwischen den Füßen und dem Untergrund. Aber auch wenn vielleicht ein Handtuch dazwischen war, kann das sein, dass es unter den Füßen warm geworden ist. Und ihr könnt das zu Hause auch nochmal ein weiteres Mal machen, wenn es euch Spaß gemacht hat. Und dann macht ihr euch dabei einfach eure Lieblingsmusik an. Dann geht's auch gleich ein bisschen leichter. Das merke ich mir auf jeden Fall. Ist eine gute Idee. Mache ich nächste Woche dann nochmal. Sehr schön. So, jetzt sind die Schultern locker. Die Beine sind bereit. Jetzt bringen wir unsere Hände ins Spiel. Unsere Koordination heute hat nämlich mit der Fingerfertigkeit zu tun. Und dafür brauchen wir jetzt unseren Kochlöffel und unsere Socke. Die Socke bringen wir erstmal mit. Die legen wir zur Seite. Die brauchen wir nicht. Aber was wir brauchen, ist neben dem Kochlöffel ein fester Untergrund. Wir haben hier einen harten Fußboden. Da kann sich gleich der Kochlöffel schön drauf drehen. Wenn ihr zu Hause jetzt einen Teppich habt und was Hartes braucht, geht ihr schnell in die Küche, holt den nächsten Küchenkram. Und zwar ein Frühstücksbrettchen oder ähnliches, wo ihr dann den Löffel aufstellen könnt, damit er sich auf einem festen Untergrund drehen kann. So, wenn ihr einen kleinen Moment Zeit braucht, ist kein Problem. Kurz auf die Pause-Taste drücken, holt schnell ran und dann seid ihr gleich startklar. Wir stellen unseren Löffel auf unseren festen Untergrund. Wir halten ihn mit einer Hand fest. Kann wie ein Stift gehalten werden oder auch mit der ganzen Hand. Und dann mit Daumen und Zeigefinger oben am Griff anfassen. Und dann wollen wir den zum Drehen bringen, wie ein Kreisel. Bei mir haut er jetzt unten so ein bisschen ab. Rutscht mal nach links und mal nach rechts. Aber versucht so viel Geschwindigkeit wie möglich aufzubauen. Das heißt, schön fest die Finger zusammendrücken und dann den Daumen am Stiel vorbeischieben, dass so viel Rotation wie möglich reinkommt. Und das kann man ja nicht nur mit einer Hand, sondern auch mit der anderen Hand. Das heißt, wir greifen um und bringen jetzt mal die andere Hand oben an den Stiel, damit es dann dreht. Uh, das passiert jetzt bei mir noch nicht ganz so viel. Ich muss ein bisschen kräftiger drücken. Eine Hand ist immer ungewohnt. Die andere ist deutlich geübter anscheinend. Ah, oh, jetzt war schon ein bisschen mehr Geschwindigkeit dabei. Okay. Wir probieren was Neues. Und zwar halten wir den Löffel jetzt nicht unten in der Mitte, sondern wir legen einen Finger, ich nehme jetzt meinen Zeigefinger, oben auf die Spitze und wollen ihn jetzt in der Mitte drehen. Und dann versuchen, ihn möglichst lange wie ein Kreisel kreiseln zu lassen. Schön viel Druck aufbauen mit Daumen und Zeigefinger und dann starten. Gar nicht so einfach. Man darf nicht zu dolle festhalten oben, aber auch nicht zu wenig, richtig? Richtig. Entweder drückt man ihn dann zur Seite und dann flutscht er weg oder man bremst ihn halt. Auch das wechseln wir jetzt nochmal. Das heißt, die Hand, die eben gedreht hat, hält oben fest. Und jetzt hatte ich vorhin begonnen, mit der rechten Hand festzuhalten, mit der linken zu drehen. Das ist mir ein bisschen lieber. Und jetzt kommt hier wieder ein bisschen mehr Geschwindigkeit rein. Und diese Bewegung mit Daumen und Zeigefinger, die brauchen wir jetzt für die nächste Übung. Ich stehe dabei lieber auf, damit ihr ein bisschen mehr Platz habt, denn wir wollen jetzt unseren Kochlöffel als Propeller zum Fliegen bringen. Wir greifen wieder mit Daumen und Zeigefinger, legen uns den ein bisschen in die Hand, damit er sicher liegt und wollen ihn jetzt in der Luft zum Drehen bringen. Einmal umflippen und dann auch mit der Hand wieder fangen. Und dabei so viel Drehung wie möglich in den Kochlöffel bringen. Ich lege ihn mir dabei auf den Zeigefinger, drücke ihn mit dem Daumen an und schiebe ihn dann über die Fingerspitze des Zeigefingers, dass er dann viel Drehung kriegt. Und dann fliegt er mal höher und mal flacher. Hauptsache er dreht sich so schnell wie möglich. Und auch das kann man wieder mit der anderen Hand probieren. Jetzt wird es spannend. Wie viel Geschwindigkeit kriegen wir da rein? Ich bin ein bisschen beidhändig unterwegs. Ich glaube, links sieht sogar besser aus als rechts. Jetzt machen wir mal einen Wechsel. Rechts werfen, links fangen. Oh, der war gut. Einen noch. Einmal richtig mit viel Schwung. Zack und gefangen. Super. Jetzt bringen wir die Socke ins Spiel. Okay. Und zwar nehmen wir unsere Socke. Ich habe mir jetzt keinen Sockenpaar genommen, sondern einen einzelnen Socken und habe den ein bisschen platt gerückt, damit er hier erstmal schön auf dem Kochlöffel aufliegt. Das ist die einfache Variante. Wenn ihr zwei Socken zu einem Bündel macht und es runder wird, wird es ein bisschen schwieriger. Könnt ihr jetzt entscheiden. Ich starte erstmal mit dem etwas platteren Socken. Ich lege ihn auf meinen Kochlöffel und versuche, dass der Socken vom Kochlöffel abhebt und ich ihn danach wieder auf dem Kochlöffel fange. Puh. Ich dachte, wir machen Eierlaufen. Nee, wir machen Werfen und Fang. Oh. Das reicht erstmal, wenn er ganz leicht abhebt vom Löffel. Er muss noch nicht riesig durch die Luft fliegen. Und wenn ihr es werft, versucht ihn so zu werfen, dass er sich in der Luft nicht dreht, dass ihr ihn dann ganz flach wieder fangen könnt. Man kann auch vorne weiter am Kochlöffel erstmal anfassen. Hauptsache, ihr merkt, er hebt ab der Socken und kommt dann flach wieder drauf. Ich werde jetzt mal ein bisschen mutiger, greife weiter hinten und versuche, den Socken ein bisschen höher zu werfen. Damit ich ihn dann fangen kann, versuche ich ihm eine halbe Drehung in der Luft zu verpassen und muss auch unter den Socken drunter gehen und ihn erstmal abfedern, damit er nicht einfach nur stumpf drauf fällt und runterpolst. Also es ist doch sehr gut, dass wir im Warm-up so viel für die Beine gemacht haben. Definitiv. Die brauchen wir ja jetzt gerade auch. Genau, schönen Schwung holen. Ah, jetzt ist er abgehoben. Ich sage dir, ich habe es vorher geübt und so gut wie jetzt hat es noch nie funktioniert. Also, hoch. Genau, auch wenn ich ihn höher werfe, ich kann ihm ein bisschen folgen mit dem Löffel und dann wieder drunter gehen, dass er gar nicht so viel Abstand kriegt zu meinem Löffel. Das ist dann, oh, jetzt wollte ich sagen, das ist ganz schön schwer und jetzt bleibt er tatsächlich drauf liegen. Das ist auch schön, wenn es mal klappt. So, bei dir funktioniert es ja auch super gut. Aber ich mache es die ganze Zeit mit der einen Hand. Ja, ich habe auch eine Lieblingshand auf jeden Fall. Ich probiere jetzt nochmal mit der anderen. Okay. Huch. Ich glaube, mein Socken hat es mit einem Fussel hier am Löffel festgehalten. Das geht nicht. Hat er gar nicht abgehoben. Er war knapp. So, einen probiere ich noch. Jetzt habe ich nicht gefangen. Jetzt habe ich noch ein. Oh, jetzt habe ich nicht halb auf dem Stiel gefangen. Das ist auch super. Ja. Gut. Du hast einen Löffel, ich habe einen Löffel. Wir nehmen jetzt nur noch einen Socken erstmal. Okay, was kommt jetzt? Wir machen uns ein Tor, denn wir wollen jetzt Socken, Kochlöffel, Hockey spielen. Oh, das klingt gut. Wir haben hier einen kleinen Tisch, wo wir uns gegenüber aufstellen können. Ihr zu Hause könnt einen Stuhl nehmen, den vor die Wand stellen oder das mit euren Geschwistern auch durchs Zimmer spielen. Und ich schieße jetzt mit meinem Kochlöffel die Socke durch das Tor und versuche sie zu Emilia rüber zu schießen. Oh. Okay, kommt wieder zurück. Ja. Da ist die platte Socke, die schiebt jetzt. Ich habe hier noch eine Doppelsocke, die ist ein bisschen runder. Mal gucken, ob die ein bisschen besser da durchputzelt. Genau. Auch hier merke ich es schon wieder in den Beinen. Gut, dass wir die Erwärmung so gemacht haben. Schön runtergehen. Schön runtergehen. Ups, Pfosten. Da mal durch. Ui. Oh, jetzt ist er raus. Nehmen wir den. Einen haben wir noch. Letzter. Oh, da drüber. Wo ist er? Da kommt er. So, ihr habt gesehen, wir haben jetzt hier ratzfatz ein Spiel zusammen aufgebaut. Wenn das bei euch zu Hause jetzt noch nicht geklappt hat, ist das kein Ding. Nehmt das Spiel mit in die Woche hinein. Wenn ihr mal Besuch von Freunden habt oder die Geschwister da sind oder die Eltern da sind, könnt ihr es auch gemeinsam spielen. Ihr könnt alleine aber auch ein Zielschießen veranstalten. Dann nehmt ihr euch einen Stuhl, packt euch ein Tor hin und versucht ihn so genau wie möglich und so oft wie möglich in das Tor hineinzuschießen. Wir machen jetzt hier weiter mit dem Fitness-Teil. So, jetzt geht's nochmal richtig ans Schwitzen. Ihr braucht wieder eure beiden Geschirrhandtücher. Und wir wollen jetzt zusammen fünf verschiedene Übungen machen. Machen die ganze, ganzen zweimal und immer circa 30 Sekunden. Ich zeige euch die immer kurz vor und dann legen wir alle zusammen los. So, bist du bereit? Auf jeden Fall. Ihr zu Hause seid es bestimmt auch. Die beiden Geschirrhandtücher könnt ihr erstmal vor euch hinlegen und stellt beide Füße drauf. So, wir machen jetzt Ausfallschritte, also so ähnlich wie beim Skaten vorhin, aber wir machen die nach hinten. Das heißt, ein Bein bleibt immer fest vorne stehen und mit dem anderen rutscht ihr nach hinten, so dass ihr mit dem Popo richtig runter geht und euer anderes Knie kurz über dem Boden schwebt. Wieder zurück und die andere Seite. So, jetzt geht's los. Alle mitmachen. 30 Sekunden. Auf geht's. Mir hilft das immer, wenn ich die Hände zusammennehme vor dem Körper als Unterstützung, dann kann ich besser die Balance halten. Könnt ihr aber natürlich auch zur Seite nehmen oder nach vorne, so wie ihr euch wohlfühlt. Ich hatte mir da jetzt gar keine Gedanken drüber gemacht, ich habe es einfach nur abgeguckt. Okay, einmal noch. So, zweite Übung. Wir nehmen die Geschirrhandtücher unter unsere Hände und stellen uns wie in einer Liegestützposition auf. Wir haben ja jetzt Geschirrhandtücher und mit denen können wir ja 1a den Boden schrubben. Das heißt, Spannung halten, ihr könnt einmal kurz testen, ob euer Bauch richtig schön fest ist. Und dann schrubben wir erst mit dem einen Arm und wechseln dann mit dem anderen Arm. So, dass hier alles danach blitzblank ist. Aber ich bleib dabei jetzt gerade. Ich drehe mich nicht auf die Seite. Genau. Probieren schön gerade zu bleiben. Er erinnert mich so ein bisschen an Kinofilm. Karate-Kit. Wenn Karate-Kit das Auto polieren muss, auftragen und polieren. So, also werden wir danach alle bessere Karate-Küster. Vielleicht. Okay. Die Übung haben wir auch geschafft. Jetzt geht es weiter. Wir legen uns lang auf den Boden. Guckt ruhig erstmal kurz zu. Wir machen jetzt einen Schneeengel. Aber nur mit den Händen. Die Füße bleiben gerade am Boden. Ihr streckt euch richtig schön lang. Macht richtig viel Spannung auf den Boden, also auf die Geschirrhandtücher. Und zieht in einem großen Kreis eure Arme nach hinten. Und kommt dabei mit dem Oberkörper nach oben. Das merkt ihr jetzt richtig hier im hinteren Rücken. Wenn ihr das habt, wieder langsam zurück Richtung Boden. Und die Hände wieder mit nach vorne nehmen. So, auf geht's. Alle zusammen. Also auf jeden Fall ist der Boden hier nach Blitzblank, sag ich dir. So, und wieder zurück. Viel weiter zurück. Letztes Mal. Ja. Okay. So, dann haben wir noch einen zweiten Durchgang. Da putzen wir dann hier den Rest. Jetzt müssen wir die Geschirrhandtücher unter unsere Füße legen. Haben aber die gleiche Ausgangssituation, wie gerade beim Bodenputzen. Also, Hände wieder schön stabil auf den Boden, Bauch richtig schön festmachen. Ihr könnt dabei den Bauchnabeln ein bisschen nach innen ziehen. Und jetzt machen wir den Bauchnabeln und jetzt machen wir den Bauchnabeln und das andere ziehen wir nach vorne. Macht das in eurem eigenen Tempo. Ihr könnt auch ein bisschen langsamer. Oder auch ein bisschen langsamer. So, ich fühle mich mit dem langsamen Tempo auch wohler. Ja, dann ist er auf jeden Fall besser für die Spannung. Und jetzt machen wir den Bauchnabeln und dann machen wir den Bauchnabeln. Füße sind auf den Geschirrhandtüchern. Puppe ist noch unten. Die Hände drücken kräftig in den Boden. Ob ihr die Finger nach vorne zeigen lassen wollt oder nach hinten, das ist persönliche Geschmackssache. Ich mag das lieber nach vorne, andere lieber nach hinten. So, jetzt Puppe hoch und wir fahren Fahrrad. Das heißt, ein Bein streckt sich immer lang und das andere bleibt angewinkelt. So, alle zusammen. Letzte Übung vom ersten Durchgang. Auf geht's. Guckt mal zwischendurch bei euch selbst, ob euer Popo wirklich noch richtig oben ist. Okay, und drei, zwei, eins und Schluss. Wir haben den ersten Durchgang geschafft. Ruhig kurz auslockern. Trinkt ruhig kurz was. Das ist eine gute Idee. Und dann starten wir alle zusammen in den zweiten Durchgang. Das ist schon ganz schön anstrengend, ne? Ja. Ich bin ja erstaunt, wie weit du beim Schneeengel die Hände nach hinten kriegst. Bei mir war hier an der Seite schon Schluss. Ich glaube, ich kann die sogar bis ganz nach hinten nehmen, aber das muss ich auf jeden Fall auch immer weiter üben. Das liegt bestimmt daran, dass ich noch ein bisschen jünger bin als du. Sehr gut möglich. Okay, wir sind wieder bereit für die zweite Runde. Ich hoffe, ihr zu Hause auch. Ihr erinnert euch bestimmt, die erste Übung waren die Ausfallschritte nach hinten. Das heißt, beide Beine sind wieder nebeneinander. Ein Bein bleibt vorne fest. Wir gehen tief in die Hocke und nehmen das andere mit nach hinten. Auf geht's. Schön gerade bleiben im Oberkörper. Huch. Okay, einer noch? Jo. So. Übung Nummer zwei. Wir gehen wieder Richtung Boden. Muss wieder ein bisschen gereinigt werden hier. Sehr gut. Karate-Kit-Übung. Bist du bereit? Jawohl. Jetzt haut ihr jetzt auch. Dann geht's los. Denkt dran, euer Bauch soll ganz, ganz hart bleiben. Und geschafft. So. Von hier können wir uns gleich wieder auf den Bauch langlegen. Machen Schnee-Engel. Also, Beine bleiben gestreckt. Hände drücken auf den Boden, auf die Geschirr-Tücher. Und dann ganz weit nach hinten, so weit, wie es geht. Und nach vorne mit dem Oberkörper. So, noch dreimal alle zusammen. Auf geht's. Eins. Zwei. Und letzte. Auf geht's. Drei. Okay. So. Die Geschirr-Tücher wechseln wieder von unseren Händen zu unseren Füßen. Auf geht's. Berg erklimmt. Also, wieder in die Liegestützposition. Und in eurem eigenen Tempo die Beine nach vorne bewegen. Und wenn dabei die Schultern über den Händen sind, dann kann man das noch besser stabilisieren. Wenn die nämlich nach hinten rutschen, dann wird es nur umso anstrengender. Wenn ihr den Kopf nach unten nehmt, dann guckt ihr quasi genau zwischen euren Fingerspitzen von den Zeigefingern. Okay. Reicht's? Dann jetzt die letzte Übung. Dann sind wir mit unserem Fitness-Teil auch schon durch. Das heißt, jetzt nochmal alles geben. Die Geschirr-Tücher kommen wieder unter die Füße. Wir gehen in unsere Krebsgang-Position und fahren noch eine Runde Fahrrad. Auf geht's. Okay. Und den Po schön hochdrücken. Genau. Genau. Ich wollte jetzt gerade schneller machen, aber dann ist meine Hüfte immer runtergefallen. Das ist irgendwie doof. Ja, genau. Wichtiger ist es, stabil zu bleiben, als es jetzt besonders schnell zu machen. So. Dreimal noch. Auf geht's. Drei. Zwei. Eins. Und. Puh. Schluss. Okay. Also ich würde sagen, wir atmen jetzt alle nochmal zusammen, richtig tief ein und aus. Und dafür müssen wir nochmal alle aufstehen. Ja. Stellt euch ganz bequem hin und dann tief einatmen. Und wieder ausatmen. Nochmal tief einatmen. Und aus. Also meine Füße sind zwar nicht so heiß, aber sonst ist mir sehr warm. Und der Boden ist schön sauber. Und der Boden ist schön sauber. Also das perfekte Fitness eigentlich. So, wenn ihr jetzt heute wieder ordentlich mitgemacht habt, dann müsstet ihr jetzt in den letzten Wochen auch schon ordentlich fit geworden sein. Könnt euch gerne den Zirkel, jetzt die letzten Übungen in der Woche nochmal vornehmen und nochmal durchgehen, damit ihr da noch ein bisschen extra Training habt. Und dann geht's in der nächsten Folge, in der nächsten Woche wie weiter? In der nächsten Folge kommen wir zum Ende mit unserem Fitmit-Programm. Und da haben wir eine ganz besondere Expertin mit vor Ort, die mit uns, glaube ich, nochmal so richtig, richtig schwitzen wird. Aber ich muss nochmal an Karate-Kit zurückdenken, denn du hast ja von dem, was war das, Fensterputzen erzählt? Das war ein Auftragen einer Politur auf eine Motorhaube und das Nissen nach Polieren. Ah, genau. Auftragen, Polieren. Und ich kenne das nämlich auch, es gibt ja mehrere Karate-Kit-Filme, mit dem Jacke anziehen, Jacke ausziehen, auf den Boden schmeißen, aufnehmen, aufhängen und wieder abnehmen. Okay. Und ich glaube, ich habe mich da die ganze Zeit gewundert, was das eigentlich bringt. Und manchmal frage ich mich auch immer noch bei verschiedenen Übungen, warum machen wir die eigentlich? Aber ich weiß ja, dass Trainer und Trainerin und auch der Meister vom Karate-Kit sich immer was dabei gedacht hat und dass es deshalb ganz wichtig ist, dass wir das alles zusammen machen. Genau so. Naja, dann bin ich gespannt, was die Experte nächste Woche für uns vorbereitet hat und wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Ciao. Bis zum nächsten Mal.